Du bist mir wichtiger als alles andere. Ich liebe dich. Das glaube ich dir sogar. Aber ich kann dich nächste Woche nicht heiraten. Du willst die Hochzeit absagen? Ich brauche einfach Zeit zum Nachdenken. Das Ding ist, wir finden deine Lösung. Kannst du mich bitte allein lassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Amen.